Ein Strom von Millionen ist durch meine Hände geflossen. Und jetzt stehe ich wieder ganz am Anfang. Hier, schauen Sie auf diese Reihe von Plänen. Ich gründe ein Kredithaus mit einem Kapital von 25 Millionen. Das ist der ganz große Kuh. Das ist verboten. Ja, verboten ist es. Aber alle Gesellschaften tun es. Doch versuchen Sie, möglichst wenige Menschen zu zertreten. Und zertreten Sie niemand von meinen Lieben. Ein unablässiges Lobblut. Könnte Sie das reizen? Das Mädchen hat nach dem Verschwunden des Herrn Sakkar ein Kind zur Welt gebracht. Aber siegen werden wir, weil wir die Gerechtigkeit sind. Es wäre eine Dummheit, die Luft zu sprengen. Wo sind Sie doch anders, wo Sie da aufgebaut werden? Ich schaffte Sie, wenn Sie da reizen. Betreifen Sie doch das gerade Spiel und Spekulation. Die Haupttriebfeder. Ja, das Herz eines großartigen Unternehmens wie es unsere Gesinde. Ich habe es selbst erbeutet, wie ein Krieger, der mit einem Handstreich ein Reich erholt hat. Noch nie habe ich das besiegte Paris so demütig zu meinen Füßen geführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.